Helligkeit! Helligkeit! Und hau dann... Wo bin ich denn jetzt? Hier. Hau dann den unteren weg. Ja toll, das geht auch nicht. Warum kannst du mich doch? Warte, der ist doch da ganz oben, ne? So, dann lass mich doch hier einfach den machen, das geht ja. Und dann... So, verdammt ihr, was ist das? Was soll das hier? Warte. Ah, so geht's, okay. So, weg, 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 weg. Und das nächste, und das nächste. So. So, so, ah, okay. Oben am Block ansetzen, dann funktionieren wir jetzt. Ah, gelernt! Hast du nicht gelernt? Doch, jetzt schon, mein Freund, jetzt schon. Hast du gelernt? Nein? Ach, ich verstehe. So. Oben ansetzen, oben ansetzen. Und Blöckchen weg, und Erdchen weg. So, und das nächste, und das nächste, und das nächste. So, machen wir hier nochmal. Und dann zack, und zack. Und Tschüsskowski, und Bye, bye, Senorita. Senorita Block. Senorita Block. Muss mal ankommen zu einer spanischen Dame und... Hallo, Senorita Block. Das klingt bestimmt genauso romantisch, wenn die dann... Hä, genauso romantisch ihr Gesichtsausdruck. Hä? What the fuck ist der Block? Ich stelle ich mir eigentlich ziemlich lustig vor. Oh, was ist das nächste Mal in Spanien? Senorita Block. Buenos Dias. Ist, glaube ich, noch nicht mal spanisch. Ist das nicht argentinisch? Keine Ahnung. Irgendwas wird sein. Irgendeine Sprache. Irgendeine Sprache auf der Welt wird schon richtig sein. Ich bin so eine Niete in Sprachen. Das Einzige, was ich gut beherrsche, ist Englisch. Aber da auch nur das Sprechen. Die Grammatik kannst du da auch in die Tonne treten, oder? Ist irgendeiner von euch flüssig in englischer Grammatik? Wieso habe ich hier nur zwei? Äh... Ist das falsch gemacht? Hier sind drei. Da sind auch drei. Pass auf, der erste fällt aus und dann kommt da ja einer hin, ne? Hier sind aber auch drei. Hä? Hier sind... Hä? Und in der Mitte sind... Hä, auch... Hä? Was stimmt denn hier jetzt nicht? Irgendwie ist der... 1, 2, 3, 4, 5. 1, oder beziehungsweise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, wir werden trotzdem 6. Wieso sind die an der Ecke so kurz geraten? Hä? Da sind drei. Da sind drei. Wieso zum Teufel sind hier nur zwei? Hä? Leute! Wieso sind... 4, 5, und 6. Aber das hätte ja von oben nicht mehr gepasst. Sowieso nicht mehr. Nee. Habe ich mich bei diesem Kreis vom Turm so verbaut? Eigentlich nicht, ne? Hä? Irgendwas ist doch hier kaputt. Oder habe ich hier was falsch gemacht? Eigentlich nicht. Hm. Verstehe das nicht. Wieso ist das falsch? Naja. Okay, dann haben wir da zwei Leuchten. Mir leuchtet zwar überhaupt nicht ein Warum, aber okay. Hm. Ist jetzt sehr dolle seltsam. Finde ich. Irgendwas stimmt da doch nicht. Na ja, gut. Na gut. So. Da einmal Lava rein. Und da einmal Lava rein. Und das gleiche machen wir hier. Und dann da auch noch. Und da selber machen wir hier. Und da selber machen wir hier. Kann ich die Erde auch noch so nehmen? Nee, ne? Nee. So, haben wir da jetzt Lava und da auch. Cool. So, dann brauche ich jetzt aber noch die nächste Packung, ne? Pass mal auf. Ich mache das anders. Ich nehme mir mal Erde. Machen wir jetzt hier eine provisorische Leiter. Ich habe ja, ich habe das ja ganz hier nicht umsonst stehen lassen, ne? So, zack. Zack. Machen wir mal den hier. Und dann brauche ich jetzt die Leiter. Brauche ich die sowieso noch, ne? Ich muss hier unten ja die provisorische Leiter später auch noch abbauen. Ha! Ha! Na sag einer, Adventure Maps zahlen sich nicht aus. So, ähm, das räume ich weg. Und dann zeige ich euch mal, wie ich das gedacht hatte mit den, äh, ja, mit dem Verdunkeln jetzt quasi, ne? Alter, sieht das geil aus. Alles so hell. Alles so dunkel. Und zwar habe ich mir das so gedacht. Ich könnte jetzt natürlich auch hier einfach zumachen mit schwarzer Erde. Aber da würde mir persönlich die Tie... Wieso spielen die Shade and Die jetzt verrückt? Hallo? Guckt euch die Gebirge an. Wum! Als ob mich eine schwarze Macht bedroht. Die schwarze Macht bedroht mich. Hilfe! Ne, mal ernst. Aber was ist denn das für ein Scheiß? Wum, wum, wum. Hä? Krieg' ich Angst. So. Und zwar... Warte, ich mach' mal den hier. Brauche ich ja nur irgendeinen Hilfsblock. Und zwar habe ich mir das gedacht. Da steht ein Zombie oder so, oder? Das ist ja auch schon ein Parallel-Tier. So, so. Dass wir das nämlich so machen. Weil das sieht... Wir haben dann erstens Tiefe. Und zweitens... Also wir haben Tiefe, dass es reingeht. Und es ist sowieso schwarz. Da denke ich mal von weitem. Oder vielleicht sogar mit anderen Texturen packt. Ist ja dann quasi dann nur schwarz. Und wie es von innen aus sieht, interessiert sowieso keine Sau. Von daher, ich fände das eigentlich ziemlich gut. Weil das auch eigentlich relativ gut und logisch aussehen würde. Hat halt Tiefe, ne? Und Tiefe ist halt das, was ich auch gerne hätte. Von daher... Denk ich mal schon, dass das eine gute Sache ist. So. Aber ich würde das... Na ja, gut, dann machen wir hier. So. Heyo! Okay, heyo! Und heyo! Oh! Und ich laufe durch die Nacht. Keine Ahnung, was mich noch erwartet. So. Dü-dü-dü-dü. Guck mal, so ein kleiner Waldspaziergang ist auch schön, ne? Da fällt mir ein, wir müssen noch so einen Weg basteln, ne? Ich wollte doch vom Dorf zum Turm noch so einen Kiesweg machen. So eine Art Verbindungsstrecke. Einfach, um das Ganze so ein bisschen kompakt zusammenzuhalten. Hab ich ja vor. Und ich hab mir auch schon überlegt, was ich aus diesem Tunnel hier unten mache. Den werden wir auch noch ein bisschen ausbauen. Und was genau dann daraus passiert, das weiß ich auch schon. Freue ich mich auch sehr drauf. Ist eigentlich eine richtig coole Sache. So, ich mach mal den. Ich mach das mal so. Ne? Dann kommt der Klotz jetzt mal zu mir. Komm mal her, Obsidian, komm mal her! So. Und du dann eiskalt auch. So, dann nehm ich dich auch noch mit. Komm hier. Wir müssen so oder so abbauen, so viel ist klar. Führt keinen Weg dran vorbei, Leute. Keiner. So, dich auch noch. Und ich glaub, dich kann ich sogar gefahrlos abbauen, wa? Tatsächlich, kann ich. Wow! Aber dann kann ich den auch gleich mitnehmen. Dann kann ich hier vielleicht einfach lang gehen. Wir müssen sowieso alle Blöcke abbauen. Aber dann kann ich vielleicht die ganzen Blöcke schon mitnehmen. Dann hat sich das eigentlich erledigt. Vom Großteil hierher. Komm her, komm her, komm her. Gutes Blöckchen. Ist da unten noch Lava? Ne. So. Und nun brauche ich ja Lava-Blöcke, ne? Die holen wir uns mal. Zack. Und. Zack. Auch nichts mehr zu holen. Doch, da war noch einer. Da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Hä? Doch nicht. Doch, da ist jetzt einer. Na? Komm schon! Doch, so, da ist auch noch einer. Du musst hier sehr, sehr vorsichtig umgehen. Sonst flutsch und weg. Und das wäre eine Tragödie. Wenn ich jetzt... Alter, wenn ich mit meiner Superspitzhacke hier, ne? Äh, absause. Abgang mache. Boah. Alter. Dann ist aber was los. Dann ist Polen offen, aber nicht nur einmal. Glaub mir. Dann, dann... Dann rammert Samba hier. Dann kannst du in den Zirkus gehen hier. Dann ist richtig... Halleluja. Richtig Party hier. Wieso habe ich eigentlich jetzt den Eingang hinten gebaut? Nur weil die Leiter da ist, oder was? Naja, gut. So, ich muss ja runter, ne? Lass mich runter. Hey, yo. Hi. Wieder da. So, da war ich. Da war ich. Da muss ich hin. So, zack. Und zack. Und die Nüchten. Wah. Da noch einmal hin. Und da auch noch einmal hin. Und dann ja dort einer hin. Ein Block. Lava. Und hier noch ein Block. Lava, Lava, Lava. So, dann brauche ich da im Grunde nur vier Stück, ne? Nur vier. Lava einmal noch. Und dann haben wir die Lampen eigentlich alle tischt. Hey. Was halte ich dir von den Lavalampen? Ich finde die ja richtig hübsch. Muss ich gestehen. Mir gefallen sie. Oh, Sonne geht auf. Ob es ist morgen oder es wird morgen. Ach, schön. Guten Morgen, liebe Sorgen. Wieso seid ihr denn schon wach? Guck mal, das ist auch so ein schöner Bug. Den ich überhaupt nicht verstehe. Kistchen, 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 Kistchen. Wieso? Wegen dem Gebirge oder was? Gut, hier funkelt gerade alles so ein bisschen bunt. Schwarz-Weiß-Muster. Nein, habe ich das Getreide kaputt gemacht? Ne, habe ich nicht. Gott sei Dank. Ist auch sehr lustig. Wow. Siehst du, jetzt ist hier drin auf einmal auch Sommer. Sommer, Sonne, Sonne, sein. Sommer, Sonne, Sonne, sein. Die Lava auch leuchtet. Also, okay, dass die Lava so leuchtet, hat schon was. Aber jetzt im Großen und Ganzen gesehen, macht es keinen Sinn, ne? So, einen habe ich. Hier machen wir dicht. Hier machen wir dicht. Hier, hier und hier. Ebenfalls. So, dann hätte ich gern den Block. Gib her! Wir können ja einfach Ecke für Ecke abarbeiten. So, komm her. Hier kriege ich doch bestimmt auch nur den einen oder anderen Lava-Block raus, oder? Siehst du, hier haben wir noch einen. Haben wir da hinten keinen mehr? Doch, da hinten war noch einer. Und noch einer. Hey, es geht doch. So. Dü, 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 dü. Yay, hallo Welt! Die sieht einfach fünfmal schöner aus. Und da riskiere ich auch ein paar FPS-Einbrüche, ehrlich gesagt. Bei dem Design, klasse. Oh nein, das ist das traurige Lied. Oh nein. Da, dum, 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 dum. Ich glaube, das ist Schwanensee, oder? War das Schwanensee? Äh. Dance of the Sugar Palm Fairies oder sowas. Ja, Schwanensee. Vor allem, weil Fairies oder sowas, glaube ich, auch Feen heißt. Aber Schwanensee. Ist eine Ente. Eine Gans. Ne, was war? Eine Schwan. Eine Gans. Klar. Schwanensee handelt von einer Gans. Handelt das nicht von einem... Nein, das ist kein Schwan. Äh, ist klar. So. Wo ist meine Intelligenz? Ich glaube, die suche ich schon seit Jahren. So. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, Eimerchen. So. Klasse, dann sind wir hier unten eigentlich fertig, ne? Na gut, abgesehen vom Bahnhof, aber der zählt jetzt nicht. Ich meine jetzt groß genommen. Haben wir hier unten ja eigentlich alles. Aber ich kann... Ich kann ja noch was machen. Und zwar... Kann ich eigentlich die Platten nochmal verwenden. Und dann können wir hier an den Ecken... Ja doch. An den Ecken hier vielleicht noch... Die Dinger aufstellen und dann an den Ecken noch, äh... Äh, äh, Lampen hinhauen, weißt du? Also, was heißt Lampen? Ähm. Ding ins Fackeln. Einfach erstens... Weil ich mir mit der Helligkeit dann hundertprozentig sicher bin. Und zwar, als irgendwie ein bisschen mystischer aussieht. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Dann machen wir nämlich so. Mach mal so. Dann können wir nämlich die Fackeln vom Boden auch mitnehmen. Komm mal her! Zack! Jetzt ist es hier hinten auch... ... auch definitiv hell. Und hier kann ich auch so machen. Und dann ist... Na. Dann ist da nämlich auch definitiv hell genug. Du, 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 du. Du, 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 du. Lalalala Lala Ich bin ein Opa, Mensch So, okay So, was brauche ich denn jetzt? Hm Ich würde mich sogar vermuten Was machen wir denn jetzt? Hm, wir haben jetzt Wir haben hier unten jetzt eigentlich alles fertig Jetzt geht es an die oberen Etage Etage, Baby, Etage So, ich würde sogar sagen, dass wir jetzt für hier erstmal die ersten Spawner sammeln Nö, Kollege Aber ich überlege gerade Ob wir die Nummer mit den Spawnern Nicht lieber von oben nach unten durcharbeiten Das wäre, glaube ich, logischer, ne? Wenn wir ganz oben anfangen würden Boah, keine Ahnung, mich hoch zu hoch zu bauen, ne? Pass auf, wir gehen mit den Steinen Hm Das wäre logischer, pass auf, dann fangen wir mal oben an Dü, 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 dü Zwo, dro, fo Lalalalalalalalalala Lalalalalala Da muss ich eigentlich nach oben Hier oben war die erste Spawneretage, ne? Genau Dü, 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 dü Warte, war die hier dran? War die jetzt hier direkt dran? Weiß ich nicht mehr, ich glaube schon Dü, 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 dü War das hier? Ja, das war hier, gut Dü, dü, dü So, dann bauen wir hier oben nämlich einfach die erste Spawning Ground Zero Na gut, Ground Zero stimmt glaube ich nicht, ne? Ground Zero heißt doch ganz unten und wir sind eher ganz oben, also äh Ground 51 Area 51 des Storms Das ist die Area 51 von dieser Tower Sag mal, dieses Schaf hängt doch schon seit Eonen von Jahren an der gleichen Stelle im Baum Ich glaube das kommt nicht runter, ne? Oder traut sich nicht runter, hab ich das Gefühl Weil das macht ansonsten nichts Ich glaube unser Schäfchen traut sich nicht Leute, wir müssen es anfeuern Go, Schaf, go Go, Schaf, go Guck mal, da sind auch wieder zwei Na gut, aber die stehen auf der Klippe Aber Klippenschafe Diese Trendsetter, unglaublich, ey Brückenschafe Jetzt Klippenschafe Bald noch Mandala Designerschafe Keine Ahnung Richtige Trendsetter, unglaublich, ey Was hab ich da bloß gezüchtet? So Gut Hier sollen wir ran Und hier kommt dann einer vor Yay So Ich glaube hier oben passen nur zwei Spawner hin, ne? Sonst ist ja hier zu wenig Platz, glaube ich Düdü 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 Ich bin so blöd Ich bin so doof Wo soll ich? Oho, ich bin so dämlich, ey Leute, sagt doch Doch Mann, sagt mir doch, dass ich hier alles falsch mache Düdü 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 Wir können hier oben nicht anfangen, weil jetzt ist so wenig Platz Hier kommt die Wolle hin Und hier muss eigentlich der Abfluss hin Und wo sollen die Viecher dann spawnen? In der Luft Ja, ne Oh Mann Sag mir doch, dass ich hier voll falsch bin, Mann Echt, ey, was seid ihr für Was seid ihr für Abonnenten, ey, ihr sagt mir nicht, dass ich falsch liege Meine Fresse, ey Du müsstest durch den Bildschirm schreien Mein ganzer Bildschirm muss zittern von eurem Geschrei Versteht ihr das nicht? Meine Fresse, ey, ich bin schwer enttäuscht Schwer enttäuscht Wirklich sehr, sehr schwer Schwer Furchtbar schwer enttäuscht So Aber irgendwo hier hatte ich auch den Aufgang, ne? Irgendwo hier war der Aufstieg? Irgendwo hier war der Aufstieg? Ja, war der nicht hier? Wo war'n der? Hier irgendwo? Düdüdü, düdü, 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 düdü Hä? Wo war'n der Aufstieg? Jetzt meiner? Äh Ach, da vorne! Ich dachte grad so, äh, was, hä? Okay